Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Gegen Paris ist Sachemar. Am vergangenen Wochenende stand Amina Ried mal wieder für Marseille auf dem Platz zur Pause. Wurde beide 1-2-Pleite gegen Paris eingewechselt und somit konnte man wieder in einem Topspiel der französischen Liga Werbung für sich selber machen. Und mittlerweile gibt es wohl auch konkretes Interesse an Amina Ried. Generell macht man sich ja bei Marseille doch noch weiterhin Gedanken, ob man jetzt besser pflichten möchte oder nicht. Eine Kaufoption existiert ja nicht, doch deutlich konkreteres Interesse bekunden nach Fußballtransfersinformationen der FC Sevilla und auch Bayern-Bezwinger der FC Villarreal. Beide spanische Klubs sehen nämlich viel Potenzial in dem technisch weserten Rechtsfuß, der allerdings oftmals noch die nötige Geradlinigkeit in seinem Spiel vermissen lässt. Und deswegen ist man sich noch nicht ganz so sicher, laut dem Bericht. Auf Schalke läuft der Rieds-Vertrag noch bis 2024. 2017 haben wir Schalke ja 8 Millionen Euro an Nantes für den Marokkaner bezahlt und eine Ablösesumme in ähnlicher Größenordnung. Er hofft man sich wohl aus Schalkers Sicht. Und das ist natürlich schon mal ganz gut, dass solche Klubs wie Sevilla, wie Villarreal natürlich, aber auch wie Marseille durchaus Interesse bekunden, um eben auch noch ein bisschen Geld zu verdienen. Klar ist aber auch, unabhängig von der Ablösesumme steht ein Fässertransfer natürlich auf der Wunschliste, um das Kapitel einfach endgültig beenden zu können. Denn auch allein gehaltstechnisch ist es einfach nicht vorschaubar, dass Amina Ried auf Schalke bleiben wird. Und deswegen wünscht man sich natürlich auch eine endgültige Lösung zu finden und im besten Fall eben noch keine weitere Laie. Eure Meinung zu Amina Ried mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.